helle friends und willkommen zu diesem neuen video und zum 14 part von sim city ich freue mich dass wieder alle dabei seid und ich freue mich sehr dass wir hier wieder zusammen sind und star city zu der erfolgreichsten sim city stadt der ganzen welt bauen entwickeln kreieren im letzten part konnten wir endlich unsere finanzabteilung bauen und damit einleiten dass wir jetzt ein gerechteres star city schaffen und alle bürger je nach einkommensschicht ihre steuern verteilen zahlen müssen genau in diesem sinne würde ich behaupten rede ich gar nicht mehr so viel groß drumrum was alles passiert ist weil wir gehen es gleich eh noch mal alles durch und deswegen würde ich sagen starten wir direkt ins spiel so hier sind wir zurück es sieht alles mal wieder ganz friedlich aus wir sind auch mal wieder am tag hier erschienen und können uns alles in voller pracht anschauen natürlich worauf wir immer noch sehr stolz sind unser tolles bildungsgebiet dann hier die tollen reichen komplexe auf die ich nicht so stolz bin aber hier auf unser ruhiges reichen quartier das finde ich immer noch super und ja hier wohnen wir bürgermeisterhaus oder beziehungsweise da arbeiten wir unseren wohnplatz ort der existiert noch nicht der ist noch nicht genehmigt sondern erst wenn wir eine bevölkerungsseile von 40.000 sims haben und wir haben bisher 16.000 also es dauert noch ein bisschen momentan sind wir halt dann einfach noch obdachlos ja und sonst wie ihr seht es geht eigentlich allen ganz gut hier ist unser industriegebiet was wir auch ausgebaut haben die letzten parts ja und so an sich ich mag es hier haben sie wieder gedacht bauen wir wieder mal ein paar große türme sind natürlich wieder unzufrieden weil wieder keiner kommt ne ordentlich kunden die bekommen keine lieferung ja aber das sehe ich jetzt gerade nicht weil es gibt nicht so eine hohe industrienachfrage aber wir haben ja immer unsere probleme mit unserem tollen gewerbegebiet davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten und ich würde sagen wir starten einfach mal rein und gucken was wir jetzt so machen können denn gerade gibt es ja keine größeren baustellen das sage ich immer und dann gibt es immer größere baustellen aber so bin ich gerade ganz zufrieden ihr habt mir geschrieben dass ich die wassertürme nicht im industriegebiet aufstellen sollte dadurch der boden verschmutzt und es dann gut sein kann dass das wasser verschmutzt wird ich weiß nicht wo man das nachguckt weil bevor ich das jetzt abreiße möchte ich lieber noch mal warten bis es halt wirklich verschmutzt aber es ist natürlich ein berechtigter einwand von euch ich weiß nicht also abwasser haben wir schon mal woanders platziert damit das schon mal nicht hier so durch geht weil das geht jetzt hier so rum und das ist dann davon entfernt aber ich weiß natürlich was ihr meint und ihr habt auf jeden fall recht aber wir gucken mal weil wir wollen ja nicht so viel geld verschwinden wo wir gerade 81.000 simoleons haben was geht ab okay wie haben wir noch richtig viel wasser hier haben wir noch richtig viel wasser kann man das irgendwie noch nachchecken water 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 woran sieht man das denn ob das verschmutzt ist ist es gerade noch wasserverschmutzung sauber niedrig also gerade ist noch nichts verschmutzt ja dann lassen wir es erstmal oder grundwasserkarte bodenverschmutzungskarte seht ihr das guckt mal hier ist noch gar nichts verschmutzt das ist hier beim abwasser es zieht sich jetzt vielleicht dann schon so ein bisschen hier hin aber solange das hier noch nicht verschmutzt ist können wir es dann ja noch da stehen lassen und später dann weiß ich nicht bauen wir das einfach hier so hin hier ist ja nichts können wir ja gucken ja momentan geht es aber noch halten wir im augen gesundheitskarte hier sind wieder tote arbeiter sterben weil warum sterbt ihr weiß ich nicht weiß man halt nicht ja hier im krankenhaus natürlich das sind patienten hier geht es einem nicht so gut aber sonst gesundheitlich läuft es keimkarte oh hier haben wir keime because of abwasser scheinen da aber jetzt nicht so von betroffen zu sein ach so nee es sind keine das sind halt ja die abgase bla bla ja okay verstehe ich aber kann man im industriegebiet ja leider nicht verhindern okay ja haben wir das auch mal abgecheckt behalten wir im auge also ich bin um jeden tipp dankbar weil es kommen ja immer neue herausforderungen auf uns zu und deswegen ja wir wollen das ja auch so ein bisschen together spielen ja was was genau leute was warum soll ich die ganze zeit was wie sieht es mit unseren schulen hier aus 802 sims waren in der hochschule hier waren 243 und hier 150 keine ahnung halt keine ahnung halt in die grundschule okay wir können aber mal gucken weil es fehlt uns ja noch die uni wie das hier so aussieht dafür brauchen wir 1200 schüler werden 1195 genau das war ja ja ein bisschen erniedrigend aber halt wieder typisch wie ja dass wir dann so leicht dran vorbeigekraxelt sind aber ich denke spätestens morgen sollte das funktionieren ich kann ja mal hier auf beschleunigen gehen damit es hier bald wieder hell wird und hier wieder die schüler in die schule gehen denn wir haben ja gerade wirklich genug geld um uns ein bisschen was zu kaufen obwohl ich sehe das kostet 88.000 wir machen 88.000 ist das ein zeichen ich weiß es nicht doch ich weiß schon das ist ein zeichen wir können ja einmal durchgehen hier strom haben wir uns letztens darum gekümmert wasser ab wasser stadt da kriegen wir wieder einen fortschritt bei 30.000 einwohnern ja das dauert auch noch ein wenig müll die haben müll probleme habt ihr müll probleme müll 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 wie sieht es mein müll aus ne noch geht doch fit und sonst kann man das halt immer noch erweitern haben wir ein bisschen platz gelassen dann haben wir feuer läuft auch soweit vielleicht sollte man irgendwann mal hier noch mal eine feuerstelle hinstellen feuerwehr nicht feuerstelle wäre dumm weil ja ihr wisst was ich meine weil im industriegebiet ja schon mal eher was brennt was habt ihr denn ja es gibt einen brand aber die feuerleute kümmern sich drum ja ist doch schön dann haben wir kein problem gesundheit läuft auch soweit polizei haben wir jetzt ja auch genug ja und dann halt das normale irgendwann werden wir halt auch noch straßenbahnen integrieren aber das sehe ich gerade wie gesagt auch noch nicht züge ja züge ist schon cool aber wir eh noch nicht genehmigt also boote haben wir leider auch noch nicht genehmigt aber das fände ich hier total cool so einen fairen hafen hinzubauen also ich möchte auf jeden fall noch was mit dem wasser machen flugzeuge nie schwebeband hier so das schiff das soll ich immer immer halten dann kommen auch viel mehr touristen wir haben noch gar keine touristen und ich rede von viel mehr touristen ja spezialisierungstechnisch mega türme wo ist das was wir wollten wir wollten elektronik das kriegen wir hier mit diesen komischen wir müssen die industriegebäude der mittleren technologie stufe erreichen wie das funktioniert das weiß aber keiner was müssen wir dafür tun steht das hier ich will halt nicht immer googeln oder so oder man könnte es einfach googeln wie man das hier erreicht tv gerät basis produktion technologie karte aha high tech hier haben schon ein paar high tech sachen aber es ist alles noch so technologie stufen technisch nicht so irgendwas müssen wir da noch machen weiß ich aber nicht technik upgrade wie können wir das denn erreichen petitions im bauprozessor fabrik das wollen wir gar nicht machen weiß ich ehrlich gesagt nicht wie wir das jetzt hier ans laufen kriegen obwohl hier schaut mal die technik stufe schon vorangetrieben das bestimmt mit höherer dichte dann werden wir doch einfach mal wieder so frei sein und hier die dichte erhöhen das ist jetzt irgendwie so das einzige was man die ganze zeit macht dichter erhöhen dichter erhöhen dichter erhöhen aber ja was soll ja jetzt wir wollen hier ganz viel technology straße mit mittlerer dichte das ist hier schon alles mittlere dichte das war sogar die einzige straße die noch nicht mittlere dichte war oder somit schon hohe dichte machen sind übertrieben oder weiß ich nicht das hier können wir auch mittlere dichte machen ja komm wir machen jetzt nur oben unseren ruhigen place to be weil in diesem spiel also das muss ich sagen finde ich vielleicht ein bisschen blöd an sim city das alles mit der dichte zusammenhängt also dass man sich wirklich nur weiterentwickeln kann wenn du die dichte erhöht weil warum kann hier nicht alles irgendwie sich weiterentwickeln mit niedriger dichte also irgendwie hängt dann ja alles wirklich damit zusammen anscheinend ja auch die technologie stufe ja ich meine hier läuft ja schon wir brauchen jetzt hier halt das ist dann so unser nächster step dass wir hier hohe technologie stufen erreichen um dann elektronik frei zu oh mein gott leute da ich habe noch gerade gesagt prozessor fabrik brauchen wir ja gar nicht aber doch leute das ist genau das was wir wollen und als 60 oh mein gott wir haben auch fast das geld und es zu kaufen heutzutage scheint es prozessoren für alles zu geben sie sollten zum hauptlieferanten wer gute betonung sie sollten zum hauptlieferanten werden verwenden sie legierungen und plastik um prozessoren herzustellen die sie dann per handelsdepot auf dem weltmarkt verkaufen sie können im bedarf fall legierungen und plastik vom weltmarkt importieren ausgebildete arbeiter erhöhen die effektivität der fabrik ja gut das ist halt wieder plastik in der stadt entwickelt sich die moderne industrie weiter die betriebe stinken weniger als die alten fabriken und bringen der stadt arbeitsplätze das ist ja hammer ich dachte genau im gegenteil ich stinken dann mehr aber da habe ich also gar kein problem mit wenn die sich dann noch so weiterentwickeln cool ja auf jeden fall ich glaube man kann es einfach nicht verhindern dass man irgendwie ein bisschen umweltverschmutzend wird sobald man etwas baut und auch bei der spezialisierung alles hat irgendwie seine nachteile und ich glaube das ist dann noch so mit das beste ja eventuell halt kultur aber dann hast du ja auch die ganzen touribusse und ich möchte ja hier nicht alles so voll bauen das hätte ich nicht gedacht dass wir jetzt bald sogar unsere spezialisierung anstreben können ja leute das ist unser next goal hier okay warum jetzt muss ich das doch mal im auge behalten dass wir vielleicht unsere wassertürme umbauen müssen weil das sieht mir hier gerade alles nicht so fresh aus ja nicht so geil das wird hier immer mehr was ist das noch abwasser endrohr das auch oder ja das breitet sich halt immer weiter aus kann man das nicht irgendwie weiterentwickeln oder gibt es nicht vielleicht irgendwie sowas cooles kläranlage abwasser sterilisator das brauchen wir geht aber erst wenn man eine akademie in der region hat ach so dass es wieder dieses zukunftsding was wir eigentlich nicht wollen aber eine kläranlage wäre auch schon ganz cool dafür brauchen wir eine versorgungsabteilung vielleicht streben wir das dann als nächstes an noch geht es ja entwickelt ihr euch mal alle weiter ich habe da gar kein problem mit vielleicht können wir die straßen dann noch weiter upgraden weil die nachfrage bleibt obwohl hier wird ja noch gebaut sind wir jetzt einfach mal so dreist und machen hier eine hohe dichte das höher geht gar nicht also das ist dann hier das maximum hier ist noch eine stelle vielleicht lasse ich erstmal so dann diesen bereich die straße hier und dann kann sich das ja weiterentwickeln so hier noch und hier noch nicht mal gespannt was da jetzt raus entsteht naja okay wie sieht es aus einwohner werden auch immer noch gefragt vielleicht braucht man auch mal ein paar neue einwohner hier wir können ja weiterhin also hier eigentlich finde ich das ganz cool dass die sich hier nicht weiterentwickeln können weil dann haben wir immerhin noch ein kleines gebiet mit so kleinen häuslein hier so am stadtbeginn das finde ich irgendwie cool also ungewollt gewollt hohe dichte wir haben jetzt einfach mal auf die kacke weil hohe dichte hohe dichte hohe dichte so stehen hier am stadtbeginn höher ist halt nicht verfügbar ich glaube wenn wir da eine straßenmann haben wollen das ist zu groß da müssen wir dann schon ein bisschen was abreißen das haben wir vielleicht nicht bedacht oh gott habe ich jetzt hier ich habe jetzt hier ein straßenmann gebaut oder zwar noch mal absicht okay ja die straßenbahnstraßen sind ja größer aber man kann ja nicht von anfang an straßenbahnstraßen da bauen deswegen ist es kann man zeit glaube ich nicht vermeiden dass man es nachher noch mal abreißt naja okay hohe dichte ich glaube es reicht erst mal wenn wir das hier mit hoher dichte versehen wenn wir es hier machen dann entwickelt sich das gewerbe wieder weiter und das wäre natürlich wieder fatal für uns aber hier die straßen können wir auch hohe dichte hohe dichte hohe dichte 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 we love the hohe dichte okay eigentlich nicht aber wenn juckt hohe dichte hohe dichte so das reicht glaube ich erst mal vielleicht noch die straße hier ne komm lass mal okay jetzt kann aber wieder jetzt sind wieder welche ausgezogen check ich auch nicht ich glaube wenn das dann größer gebaut wird ziehen die erstmal aus ich weiß es nicht aber hier wird ja noch ganz gebaut ein zimmer apartments dichte steigt weiterhin wie sieht es bei unseren schulen hier aus habt ihr jetzt 2000er marke erreicht das können wir ganz easy peasy nachgucken ok gratis nur 1134 also ich denke da müssen wir noch ein bisschen zeit vergehen lassen aber es dürften jetzt eigentlich nicht weniger werden weil das ergibt überhaupt gar keinen sinn ich denke wir spulen dann so ein bisschen vor oder entwickelt sich hier schon was weiter finde ich ja doch ganz spannend ne noch nicht die sind halt noch nicht so weit sie sind noch nicht so weit unsere kinder aber lichte steigt weiterhin und hier auch aber seht ne die technologie stufe nicht aber hier immerhin naja wird schon okay wir brauchen 160.000 simoleons aber mal gucken was zuerst möglich ist zuerst die prozessor fabrik oder zuerst unsere uni ich glaube ich habe mich schon ein bisschen auf die prozessor fabrik eingespielt aber wir gucken mal ich schule mal wieder ein bisschen schlecht ausgebildet die herstellungsbetriebe beschweren sich dass sie keine ausgebildeten arbeiter finden bauen sie weitere schulen entschuldigen sie bitte mal ich habe hier noch platz in der schule da sind gar gar keine im unterricht also verstehe ich ihre problematiken halt einfach gar nicht beschweren sie sich nicht die haben die möglichkeit wenn die nicht gehen mehr kann ich ja auch nicht tun genau was ich eigentlich nachgucken wollte jetzt gehen die ja schon wieder dann aus der schule raus ne dann hat es wieder nicht geklappt sind wann jetzt weniger in der schule ja tatsächlich ist eine verarsche leute ich sag's wie es ist okay ähm was ich jetzt eigentlich gucken wollte ob wir jetzt mehr reiche leute hier haben das können wir nachgucken auf der grundstückspreiskarte äh wir brauchen hoch hoch haben wir hier oben wo keiner wohnt verstehe ich auch nicht warum hier grundstückspreise hoch sind da ist ja nix hier ist ja nix ja hier immer noch aber hier immer noch nicht was müssen wir denn da noch alles bauen mal gucken haben wir hier ne strom ist gar nicht das was ich jetzt meine haben wir eine feuerwehr hier wir haben hier eine feuerwehr haben wir hier gesundheit sogar zweimal haben wir haben wir hier eine polizei haben wir auch sogar hier gebaut schulen ja gut die sind hier ist unser schulgebäude aber tut ja anschein auch nix zur sache müssen wir jetzt doch noch mehr parks dahin bauen ach leute ein amphitheater städtisches heißluftballonpark ist das neu denkmalpark denkmalpark ja da brauchen wir eine tourismusabteilung die werden wir wahrscheinlich nicht haben asfalt ist auch nicht so das wahre spielpreis mit schaukel haben wir bestimmt auch schulen machen wir auch noch mal hier hin aber das bringt alles nicht so viel merke ich schon die sind jetzt hier auch unzufrieden why are you sad ach so ich muss mir mal wegkicken weil die stadt selbst ist nicht so toll bietet aber viel gutes man es lesen kann die grundstückspreise sind denen angeblich die steuern bringen uns um das kann ich nicht nachvollziehen also ihr zahlt das weil ihr seid reich so dann müsst ihr halt damit nehmen ja was soll ich dazu sagen die stellen sich alle ein wenig an aber habt da pech ich gehe nicht runter mit den steuern ich sehe es gar nicht ein dass die armen sich nicht beschweren und ihr schon es waren jetzt wieder weniger schüler ich verstehe das manchmal nicht so ganz woran das hier so festgemacht wird brände außer kontrolle ist hier aus betroffen mehr um elf berichten zufolge soll die neueste brandserie kein zufall gewesen sein steckt dahinter ein brandstifter okay was geht denn jetzt ab wo brennt es denn hier überhaupt feuer 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 das verbrechen regiert es gibt mehr kriminalität in ihrer stadt als polizei ähm entschuldigen sie ich habe hier doch relativ viel polizei muss ich das erweitern hier kann ich machen streifenwagen parkplatz gefängnis zählen machen wir erstmal einen parkplatz ne braucht man ja so und dann können wir noch eine gefängniszelle ergänzen wie machen wir das denn am besten so so jetzt habt ihr hier noch gefängniszellen jetzt müsste es euch ja besser gehen habt ihr jetzt genug hier ist ja unsere riesenstation hier haben wir noch eine kleinere erweitern wir noch einen streifenwagen parkplatz so oh die haben gar kein schild mit das wichtigste eine fahne braucht ihr natürlich auch und dann kommt noch eine gefängniszelle in die obere etage so sieht blöd aus die also auch die hier werden gerade gefühlt gar keine verbrechen begangen aber hauptsache die beschweren sich Okay, ich glaube, das wird heute nichts mehr mit unserem Prozessor-Fabrik-Gedönse, weil wir gerade ein bisschen viel Geld für anderes wieder ausgeben. Man kennt es, ne? Diese ungewollten Sachen, so. Und jetzt beschwert euch bitte nicht mehr. Ihr habt jetzt so viel Polizei. Bildung hattet ihr euch ja beschwert. Auch auf einmal beschweren sie sich nicht mehr. Aber Hauptsache erst meckern. Ja, ja, das haben wir gern. Das haben wir wirklich gern. Ja, warum jetzt hier oben immer noch kein Reichengebiet ist, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie wir das erhöhen sollen, weil ich sehe es halt auch irgendwie nicht ein. Da jetzt noch irgendwie großartig... Also ich meine, ich kann da später nochmal eine Grundschule hinmachen und so. Hier die Straße können wir ja nochmal erhöhen. Äh, upgraden. Nicht erhöhen, die ist schon sehr hoch. Und kann sich eben wenigstens das eine Haus da weiterentwickeln, obwohl ich nicht glaube, dass die genug Platz dafür haben. Oh, und hier wird jetzt ein Riesending gebaut. Da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. Und oh mein Gott, ist das Haus abgebrannt? Das ist abgebrannt. Ähm. Oh Gott. Das Riesending. Das macht ja voll die Verluste. Wir und unser Gewerbegebiet läuft nicht immer so ganz. Okay, Leute. Und ich glaube, heute wird sich hier nicht mehr so viel tun. Das war auch wieder eine falsche Betonung meines Satzes. Nicht mehr so viel tun. Genau. Denn es entwickelt sich jetzt erstmal alles so ein bisschen weiter. Wir haben ja wieder neue Grundsteine gesetzt, damit Star City wieder größer wird und wir Neues erreichen können. Aber ich glaube, ich würde den Part an dieser Stelle auch beenden. Denn wir werden da nochmal ein bisschen vorspulen und dann sehen wir, was hier Neues entsteht. Und dass wir jetzt wieder neue Weichen gesetzt haben, um unsere Spezialisierung eventuell bald zu erreichen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und hier kommt das Stichwort. Es wird wieder dunkel. Das ist wieder der perfekte Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von den neuen Plänen haltet. Und was ihr dazu sagt, dass das Industriegebiet sich jetzt auch technologisch weiterentwickelt. Dann gebt dem Part gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns abonnieren und die Glocke aktivieren. Wenn ihr dann so viel verpasst, kein neues Video mehr auf unserem Kanal. Schaut doch gerne bei Naka und unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich hole das Mikro noch ein bisschen um. Ich muss mich noch ein bisschen hier an die neue Situation-Mation gewöhnen. Ich hole das Mikro noch ein bisschen um. Ich hole das Mikro noch ein bisschen um. Ich hole das Mikro noch ein bisschen um. Ich hole das Mikro noch ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020